Herzlich Willkommen zum Gemüsefahnen-Podcast und wie immer an meiner Seite der gute Tom Arte. Abend Tom. Jo, hallo Arte, Schocke, wie immer. Und wir machen heute den zweiten Teil von dieser lustigen Dreisait-Doku mit dem Herrn Skobel weiter. Die hieß... Genau, Rassismus, das schleichende Gift heißt das. Und wir hatten uns letztens schon die erste Viertelstunde angeschaut und haben mir einiges gemacht, was wir kommentieren mussten. Wir sind wieder weit gekommen, ja. Ja, also wir haben irgendwie eh gequatscht, aber das ist auch so eine typische Doku, wo du in jedem Satz das Gefühl hast, erstmal einhaken zu müssen. Weil du kannst denen das einfach nicht so durchgehen lassen, die Punkte, die dir machen. Und das ist das Problem. Geendet hatten wir, glaube ich, oder geendet hat die Doku letztens mit einer Definition in Anführungsstrichen von Kategoriendenken und wann dann Rassismus auftritt. Und da würde ich sagen, steigen wir einfach mal an dieser Stelle wieder ein, ja? Genau. Von mir aus kannst du Playtoon. Ja, wirklich. Das habe ich durch Sie und Ihren in Ihrem Buch gelernt eigentlich, das muss man, ich weiß nicht, ob jeder dem Gedanken hat folgen können. Also angenommen, ich bin, ich gehe vom Rassismus aus, dann ist mein Problem, abgesehen davon, dass ich vom falschen Begriff ausgehe von Rasse, aber dann ist mein Problem, dass ich feststelle, oh, Rassen verbinden sich. Das will ich aber nicht, wenn ich ein lupenreiner Rassist bin. Also versuche ich festzuschreiben, wie eine bestimmte Rasse sich zu verhalten hat und wie die reinzuhalten ist. Das ist ja diese ganze nationalsozialistische Ideologie, die da dran geht. Also paradoxerweise will ich gerade festschreiben, weil ich weiß, dass es Quatsch ist und sich verändert. Rassismus ist eben nicht nur eine Feststellung von Unterschiedlichkeit, sondern sie ist ein, oder er ist ein Aufruf, etwas dagegen zu tun. Entweder gegen diejenigen, die anders sind oder gegen die Unterschiedlichkeit selber. Und dieser Aspekt, glaube ich, ist wichtig und erklärt manchmal, was eben tatsächlich Rassismus dann doch unterscheidet von allen möglichen anderen Formen, in denen wir die Welt und die Menschen kategorisieren. Ich wollte jetzt nur mal kurz einhaken, das war jetzt für mich ein bisschen wild. Aber ich fand es gut, dass wir den Punkt mal durchlaufen lassen haben. Genau, das ist vielleicht ganz gut, dass wir dann immer so einen reinkäseln. So, warte mal. Schade, jetzt hast du mich so aus dem Konzept gebracht. Ich hatte gerade noch die Worte, die er benutzt hat, aus der Zunge. Was hat er gesagt? Rassismus ist die Ablehnung der Unterschiedlichkeit oder so. Und man will alles dagegen tun, dass die Unterschiedlichkeit nicht besteht. Und dass es keine Vermischung gibt auch. Ja, genau, und das passt für mich gerade zusammen. Weil, wenn du jetzt alle Rassen untereinander vermischen würdest, dann gibt es ja irgendwann keine Unterschiede, weißt du? Weil einfach alles dieselbe Suppe ist. Also, der Punkt an der Stelle ist das für mich ein bisschen, nee, es ist halt eine falsche Wiedergabe von rechten Positionen. Findest du? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob du das falsch verstanden hast. Vielleicht habe ich es falsch verstanden, tatsächlich. Also, ich hatte es so verstanden, dass sie den Rassisten so definieren, dass er auf Teufel komm raus möchte, dass seine Rasse reinbleibt, um eben diese Vermischung zu vermeiden, die es halt im Tierreich etc. gibt. Mhm. Und, ja, ich weiß gar nicht, ob das so direkt jetzt, das war vielleicht früher mal so die Definition von Rassismus oder wie die Leute gedacht haben. Ja. Ja, das ist ja eigentlich gar nicht mehr der jetzige rechte Standpunkt in meiner Welt zumindest. Also, da ist ja eher so dieses, eine gewisse Beimischung ist nicht verkehrt, dachte ich. Also, das, der jetzige Stand. Ja, das ist ja meine Position. Diese Blutlinientreue oder sowas, das wird hier so an die Wand skizziert als Dämon, den es eigentlich gar nicht mehr gibt. Ist klar, ich habe mich jetzt so ein bisschen an, gut, ich habe jetzt der hier Spiel gespielt, ich habe mich jetzt hier auch so ein bisschen an der Semantik, an der Wortwahl aufgehalten, wo es hier ging, eine Ablehnung von Unterschieden. Ich habe das halt jetzt auf lange Sicht gedacht, dass es eben dann keine Unterschiede mehr gibt. Also, ich merke schon, mein Punkt hier ist gar nicht mal so sinnvoll. Also, ich beziehe mich jetzt halt auch auf dieses Wortgewichts, aber ich stelle mir das Folgendes vor. Du hast jetzt alle Rassen der Welt und die vermischen sich mega krass, so wie ein Ariel, der Triton, der hier mit allen mehr Jungfrauen wahrscheinlich der ganzen Welt gefügelt hat. Dann hat er so sieben Töchter, die alle aussehen wie sonst was. Und wenn die wiederum Kinder haben und sich vermischen und so weiter und so fort, dann hast du halt irgendwann so ein Mischmännchen und dann gibt es keine Unterschiede mehr, weißt du? Ja, aber das ist doch das, was der Rassist eigentlich nicht möchte. Das ist das, wo es jetzt letztendlich mit der Globalisierung drauf hinläuft. Ja, genau, daran störe ich mich gerade. Also, der Rassist eigentlich will, dass es Unterschiede gibt zwischen den Leuten. Und er sagt ja den Unterschiede ab. Ich weiß, wie er es gemeint hat jetzt. Ja, okay, tut mir leid. Das war gar nicht so ein sinnvoller Punkt. Sieh, jetzt haben wir schon fünf Minuten mit meinem Schwachsenspunkt hier verquatscht. Ja, passiert. Alles gut. Passiert, ja. Ich mach mal weiter, ja. Noch einen Gedanken. Gerade Kilomba hat gesagt, Rassismus ist Vorurteil, bloß Macht. Und ich glaube, dass die Machtkomponente eine ist, die so wichtig ist, auch zu verstehen. Wenn man von Rassismus betroffen ist, kann man die Art und Weise, was an einen herangetragen wird, an Denkstrukturen nicht verändern. Man ist dem ausgeliefert. Und deswegen sind auch die Gefühle, die mit Rassismus-Erfahrung anhergehen, Schamgefühl, Wut, Ohnmacht, ausgeliefert sein. Die Möglichkeit, wenn einem das beim Bäcker passiert, dass man am nächsten Tag nicht das wiedererlebt und wiedererlebt. Und dann vor allem auch das in verschiedenen Lebensphasen, das einem immer wieder betrifft, macht es letztendlich auch so schwer zu überwinden und auch ganz schwer abzubauen aus der betroffenen Perspektive heraus. Okay, warte, warte, warte. Also sie hat ja gar nicht mal so falsch angefangen, fand ich. Also da hat sich so richtig das Bild geformt von so einem Baumwollpflücker, der halt die Peitsche im Nacken hat. Und wenn er da nicht spurt, dann wird er den Hund zum Fraß vorgeworfen. Okay, das war bestimmt mal so, ja, diese Machtposition. Und dann fängt sie mit irgendwas vom Bäcker an. Was? Ja, eben. Zur Hölle. Du merkst doch, der geht's. Also das ist halt einfach so ein Heulpunkt wieder. Also, ja, und vor allem, wenn ich das schon wieder höre, diesen Begriff Macht an der Stelle. Ich habe das schon letztes Mal angemerkt. Immer diese Verkürzung auf Macht. Weil das ist der Kernpunkt nämlich, was dahinter steckt, ist, dass du dann sagst, naja, schwarzen Rassismus gibt's ja gar nicht. Weißt du, dass es ein schwarzer Rassismus ist? Warum? Weil der Schwarze hat keine Macht. Also es kann ein Schwarzer, wie in den USA so ist, ich meine, da hast du übelste Black-on-Asian-Crimes zum Beispiel. Also, wo halt Schwarze irgendwie, also ja, einfach so zusammentreschen oder so. Ja, ja. Hast regelmäßig prominente Fälle in den Nachrichten. Aber das ist ja, ah, das ist ja dann kein Rassismus, weil die Schwarzen haben ja gar keine Macht. Und darauf läuft das für mich hier wieder hinaus. Also, ja, das ist, ah, genau, und dann kommt hier echt so ein Bäckerpunkt. Also, da ist dann die Macht, der einfach, weil die Weißen sind halt die Mehrheitsgesellschaft. Das ist doch das, sehe ich so irgendwie, der Hauptaugenmerk. Ich möchte positiv unterstreichen, das war ja schon fast ein Beispiel. Ja, das beste Beispiel, warte mal, was war denn jetzt eigentlich bei dem Bäcker? Ja, was war das? Da war gar nichts. Du wirst es da falsch angeschaut. Du hättest gesagt, ja, wie bei dem Bäcker oder so. Hey, was ist denn bei dem Bäcker? Wenn ich zehn Brötchen bestelle, kriege ich immer nur neun. Oder ist das... Ja, oder die schaut dich komisch an, wenn du sagst, ich will Schwarzbrot. Was? Wollen sie kein Weißbrot? Warum Schwarzbrot? Das geht doch nicht. Ist doch viel schlechter als das Weißbrot. Ein Milchbrötchen kann man Ihnen ja anbieten, da ist Laktose. Ah, ja, ja. Das geht so übens ab. Rassismus beim Bäcker, ja, bestes Beispiel. Es ist unfassbar. Na, lassen wir weiter. Drückst du, okay, oder? Viele Menschen wollen über Rassismus nicht mehr sprechen. Und zwar die einen, weil sie es leid sind, immer und immer wieder denselben Sachverhalt zu erklären, zum Beispiel, dass das mit dem Rassenbegriff völliger Unsinn ist. Die anderen, weil sie verdrängen oder Angst haben, Fehler zu machen, weil ihre eigenen Vorurteile dann sichtbar werden. In den härteren Fällen kommt dann das unvermeidliche, aber man wird doch noch mal sagen dürfen. Und das bedeutet übersetzt, hallo, ich habe das Recht auf meine eigenen Vorurteile, das Recht, dass meine Diskriminierungen sichtbar werden. Denn ich bin Deutscher, ich habe das Hausrecht hier. Und dann wird oft geschwiegen. Auch wenn diskriminierende Sprache gebraucht wird und wieder einmal das Gift des Rassismus Menschen infiziert. Oh Gott, Junge. Da hat er aber einen fast schon brennenden Stroman gebastelt, oder? Also, Junge, Junge. Ja, also, ein brennender Stroman, das finde ich, ist ein sehr schönes Bild. Also, hä? Ja. Wer zur Hölle ist so unterwegs, wie er das gerade skizziert hat? Ja, sicher, eben. Also, ja. Man denkt wahrscheinlich wirklich so, wenn man im Elfenbeinturm lebt und gar nicht Kontakt hat zu einem einfachen Mensch auf der Straße. Da denkt man das wahrscheinlich wirklich. Also, ich nehme jetzt mal raus, dass ich relativ viel Kontakt zu einfachen Menschen habe. Und dieser berühmte Satz mit, das darf man doch noch sagen dürfen, der ist mir tatsächlich noch nie untergekommen. Das ist so, ich weiß nicht, wie dieses Urban Mist, dass man sieben Spinnen in seinem Leben ist. Das ist einfach irgendwo her skizziert. Muss ich auch sagen. Also, in dieser speziellen Formel, das wird man doch noch sagen dürfen, noch nicht. Aber, klar, es ist aber schon mal so was untergekommen, dass jetzt einer, also, oft ist es dann so, zum Beispiel, dass einer sagt, ja, ich hatte ein Problem hier, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich abends lang gehe oder so, da sind immer so viele Ausländer auf der Straße XYZ, weißt du, da will ich nicht allein lang. sagen, aber ich bin kein Rassist, so, weißt du, also, die sagen dann nicht, das würde man doch noch sagen dürfen oder so, sondern, ja, ich bin noch kein, aber ich bin kein Rassist, das sind ja nicht alle so, aber, weißt du, naja. Also, das Gekacke halt, ja, gut. So, diese Gekacke, diese Gekacke, aber dieses, das würde man doch noch sagen dürfen, das wäre halt mit einer richtig klaren Aussage verbunden, so wie, ja, ich gehe jetzt hier abends nicht auf die Straße XYZ, weil da sind mir zu viele Bung Bung. Das würde man doch noch sagen dürfen. Ja, also, weiß auch nicht. Und ich fand es auch wieder mysteriös, dass er ja diese zwei Gruppen aufgemacht hat. Also, ne, diese, das würde man noch sagen dürfen und was war die andere, die, die, nee, diese, Rassismus ist ja jetzt schon genug darüber gequatscht worden, so. Ach so. Das waren die zwei Gruppen. Das fand ich schon wieder komisch. Warum gibt es da keine dritte Gruppe? ist da kein Raum dafür? das war so kategorisch. Ja, da, ja, da würde ich jetzt gar nicht so viel, so viele Worte auf die Goldwaage legen. Na, weil, also zum Beispiel unsere Position kommt doch jetzt gar nicht da drinnen vor. Fand ich. Also, ich fühle mich jetzt wieder von der einen, von der anderen Gruppe irgendwie abgebildet. Aber gut. Und lustig fand ich, äh, wo die Kamera noch diesen anderen Winkel hatte, da hat man gesehen, wie er so nach vorne gebeugt und so schimpfen musste. Und jetzt in der Frontperspektive sieht es ganz normal aus, aber fand ich, fand ich lustig. Okay. Gut, so, jetzt haben wir hier mal wieder einen Beitrag. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, ja. 100. Alter, den Rest mach ich morgen. Weißt du, weißt du, weißt du was du brauchst? Du brauchst Vitamine. Fuck. Kann ich auch jetzt ne Banane anbieten? Ist das rassistisch? Vergleiche ich mich damit Schwarze und Affen? Ja, klar kann er mir ne Banane anbieten. Per se ist ja nichts rassistisch daran, jemanden freundschaftlich ne Banane anzubieten. Ähm, was natürlich ganz interessant ist, dass er in dem Clip, also was ja eigentlich ein Sketch ist, den Gedankengang macht, das ist natürlich, ne, dass man einen Schwarzen mit einem Affen vergleicht, wenn man ihm ne Banane anbietet. Das heißt, die Annahme basiert auf nem rassistischen Klischee, aber wenn er das freundschaftlich macht, natürlich kann man jedem Menschen ne Banane anbieten. Das ist sogar ne sehr, sehr nette Geste. Sprache und Rassismus. Wie soll man reden über etwas, das so offensichtlich ist, das aber von vielen nicht wahrgenommen wird? Betroffen Sorry, ich hab hier mal kurz pausiert, weil ich dachte, hier steht irgendwie zu der übste Hass, aber dann war ja einfach nur so ein Briefanfang. Ja. Sehr geehrter Y, ich bin Arbeit für die Sendung X, du hast ein Z. ... zu erklären und wollen sich nicht zu den immer gleichen Fragen äußern. Kübra Gemischay, Politikwissenschaftlerin, Rednerin und Autorin des preisgegrünten Sachbuches Sprache und Sein erklärt die Spiegel-Bestseller natürlich. Preisgegrüntes Sachbuch, ja, ja. Also der Name schon, der Name ist wirklich hart. Wie viele Üs willst du in deinem Namen haben? Alle. Und dann noch dieses S mit dieser CD. Nochmal mit dem S, ja. Ja, mit diesem Sperma-Zeichen, was ich, wie ich immer sag, also irgendwann wild, richtig wild. Ich hab den Eindruck, dass eigentlich sehr, sehr viele Menschen genau zu diesem Thema sprechen und auch öffentlich sprechen, aber dass bei einigen zum Teil eine Ermüdung eingetreten ist, weil die Ereignisse der letzten Wochen, also wiederholte Beiträge in Sendungen und Sendern, die eigentlich deutlich machen, dass auf bestimmte Kritik nicht so sehr hingehorcht wird und die Sensibilisierung nicht so weit vorangeschritten ist, wie es sein könnte, was, glaube ich, bei einigen einfach zu einer gewissen Frustration führt, uns am Rückzug. Rückzug, weil Menschen sich seit langer Zeit nicht gehört. Oh, das muss man natürlich alles lesen hier, ne? Ja, okay. Ich lese einfach mal links vor. Also wir sehen halt hier so ein paar, was ihr nicht seht, aha, so eine Reihe von Beiträgen auf irgendeiner Instagram-Seite wahrscheinlich. Und da sind so kleine Stories zusammengefasst. Das sind wahrscheinlich alles solche Paulaner-Garten-Geschichten, wie was mal, da gab es doch mal dieses Projekt, was der Kasper so angegriffen hatte, wo er so ein paar rassistische Erlebnisse eingeschickt hat, die ihm angeblich passiert wären und dann halt auf dem Wissen das war ganz so. Das ist Zucker gewesen, das Video. Ja, das war richtig Zucker und so riecht das, also schon vom ersten Sehen, ohne dass ich mir das durchlese, ja auch. Aber wir lesen mal durch. So links steht zum Beispiel, das ist hier ein Erlebnis. Fremde Frau fasst mir im Bus ungefragt in den Afro. Ihre Haare riechen so gut und sind so lockig, aber mir wären die Haare zu ölig, ich sage sie zu ihrer Sitznachbarin. Okay, Paulaner-Garten, weiter. Ja, also unser Urteil ist, meinst du, das ist Paulaner-Garten, ja? Definitiv, ja. Ja, definitiv. Also ich würde halt jetzt hier gerne so einen X-Faktor einbinden. Ist diese Geschichte wahr gewesen oder haben sich unsere Autoren das nur ausgedacht? Falsch, das ist nie passiert. Die ist deswegen ausgedacht, weil das schon so oft gekommen ist in jeder Abwandlung. In jeder möglichen Abwandlung. Sowas dämlich. Okay, zweitens. Als Kind war ich Pfadfinder. Jedes halbe Jahr gab es die Jugendsammelwoche, wo wir die Leute bitten sollten, für uns zu spenden. Dazu gingen wir von Tür zu Tür. Als wir an einem Einfamilienhaus klingelten, öffnete der Mann die Tür. Er sagte, dass er keine Neger auf seinem Grundstück wolle und hetzte seinen Hund auf uns. Wir haben es gerade noch zum Tor rausgeschafft. Wieso hast du nicht Wieso hast du nicht das andere N-Wort gesagt? Achso, weil hier vier Sterne sind. Ah, okay. Das ist clever. Ja. Also für die Hörer hier steht N und dann vier Sternchen. Und das würde ja für das Wort Mega stehen. Ja, die Geschichte, ich meine, könnte fast sogar sein. Ich meine, irgendeine Kindheitsgeschichte und irgendein einzelner Typ. Ja, er hat das mit dem gerade noch zum Tor geschafft. Das klingt ein bisschen übertrieben. Ja, gut. Das ist dann übertrieben, ja. Also als würde der da mit der Schrotflinte stehen in der Tür. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das passiert ist, aber ja. Jetzt ist es ja nicht wunderbar. Na gut, dann das Dritte. Ich war im Winter mit meiner Vorgesetzten im Fachstuhl. Ich so, ganz schön kalt geworden, darauf sie. Naja, das hast du dir ja so ausgesucht. Hier ist es nicht so warm wie da, wo du herkommst. Ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen und habe nie in einem anderen Land gelebt. Okay. Den finde ich sogar relativ lustig irgendwie. Das ist so ein wisses Stromwerkssatz. Ja. Das könnte echt original aus der sehr Stromwerk kommen. Das hast du dir so ausgesucht. Hier ist es nicht so warm wie da, wo du herkommst. Ja, keine Ahnung. Das sind halt alles so die heule Geschichten. Ja, dann war dieses betroffen, ich bin doch hier geboren. Ja. Vater schwarz, Karibik, Mutter weiß. Deutschland steht auch immer noch, da steht überall noch, wäre das so Sinn, die Leute, die diese Geschichte erzählen. Mutter weiß, Deutschland ist auch so richtig, überhaupt nicht rassistisch. Lass uns bitte hier nicht die ganzen Karre lesen, oder? Nee, ich hoffe, das ist unverstanden. Ich denke, fuck ich. Das Instagram-Account, was ihr nicht seht, macht Rassismus in Sprache sichtbar. Zitate aus, was ihr nicht seht. Meine kleine Schwester ist fünf Jahre alt. Im Kindergarten sagte eine Erzieherin zu ihr, sie sei allergisch gegen braune Kinder und wolle daher nicht mit ihr spielen. Als mein Bruder und ich klein waren, meine Mutter musste mit uns einen Aids-Test machen, um den Nachbarn zu beweisen, dass schwarz zu sein, nicht mit krank sein, einhergeht. Das war auch Paula. Meine Mutter, als ich ihr erzählt habe, dass mein Freund aus Togo kommt und wir heiraten wollen, so etwas holt man sich zum Pf, das heiratet man nicht. Zur Hochzeit bekommt bloß nie Kinder. Ich finde, diese Ermüdung zu sehen und auch diese Wut zu sehen, die bei vielen da ist, diese Frustration zu sehen, ist wichtig. Denn so zu tun, als könne man darüber immer ganz besonnen und entspannt sprechen, entspricht halt nicht der Realität. Denn die Art und Weise, wie wir bestimmte Menschen gesprochen haben in unserer Gesellschaft, ist nicht einfach nur so ein abstrakter Schmerz, sondern ein tatsächlicher Schmerz. Wir tun Menschen damit weh. Und er löst den Menschen etwas aus. Das Gefühl von nicht gewollt werden, nicht gesehen werden, absichtsvoll verletzt werden. Ausgegrenzt sein, nicht gewünscht sein, das Gefühl weniger wert zu sein, das ist es, was bestimmte Redewendungen in Menschen anrichten. Gleich ob Alltagsrassismus oder unbewusste Benutzung von rassistischen Sprachelementen. Weiße Menschen müssen verstehen, was Rassismus durch Sprache anrichtet. Und sie müssen lernen, was kann man sagen und was nicht. Das ist wieder dieses Critical Wasting, dass es sich immer halt letztlich an die Weißen richtet, dass die irgendwas ändern müssen. Vor allem ganz schlimm jetzt hier am Ende aufgestoßen ist mir auch wieder dieser Terminus ja unbewusst, unbewusster Rassismus. Also diese Mikro-Akkession von denen Linke dann auch oft sprechen. Ja, du meinst das vielleicht gar nicht böse oder so, aber sagst halt ein schlimmes Wort. Und vor allem ja dieses Erzieherische wieder. Ihr Weißen, ihr müsst lernen, wie man spricht mit irgendwelchen anderen Leuten. Ah, oh Gott. Mich stört tatsächlich diese Opferrolle am meisten. Ja, das auch. Wir können ja gar nichts dafür und wir können uns auch nicht irgendwie salopp gesagt Eier wachsen lassen und damit umgehen. Nee, nee, ihr müsst bitte euch ändern, damit uns allen das jetzt irgendwie gut geht und nicht mehr so wehtut. Und dann hast du ja diesen Vorzeige-Ali da stehen mit das ist eigentlich schon kann das Bild einfach so auf sich wirken lassen. Das hier ist doch aber gerade eine Frau, oder? Ja. Ach so, wegen der Maske. Naja, das ist so der typische Ally. Ja, klar, klar. Ja, die Doku hier ist übrigens von 2021, vom Februar. Die gute alte Zeit. Die gute alte Zeit, der Corona-Maske und so. Genau, da war das ja ganz groß. Ja, das ist auf jeden Fall ja, so perfektes NPC-Meme tatsächlich. Ja. Das ist so eine coole Vorlage eigentlich fast. Kannst du auch was Eigenes drauf schreiben. Auf dieser Zeit können wir halt auch richtig gute Sachen drauf schreiben. Na ja, ich glaube, das war's nicht so. dass bei allen der Denkprozess offensichtlich stattgefunden hat, aber bei vielen. Und das kann natürlich dazu führen, dass viele Leute ein bisschen verunsichert sind und nicht mehr genau wissen, welche Sprache sie benutzen. Aber es ist ja so, es gibt genug Literatur, es gibt genug Menschen, die man fragen kann, es gibt genug Gespräche, die man führen kann, um zu wissen, was ist denn diskriminierend. Jetzt mal unter uns. Würdest du sagen, der Typ ist schwarz? Nee. Nee, oder? Also echt nicht. Der könnte doch ein Spanier sein oder was weiß ich. Ja, eben. Der war ja vor uns hier der Hauptdarsteller oder der, um den es ging in dem Sketch da, weißt du, ich biete ihm die Banane an, ist das dann rassistisch. Weil, also sorry, der sieht echt für mich aus wie ein typischer Afrikaner, nicht mal wie ein Nordafrikaner groß. Also, Elias Embarek, der hat tunesische Eltern, der sieht afrikanisch aus als der. Gott ist wild. Ja, er sammelt hat auch Pronytoines, ne? Ja, genau, genau. Das ist halt, ja, ja, der siedelt halt sich irgendwo so an. Also, ja, wenn du jetzt dich selber als Pock identifizierst, obwohl du eigentlich mega als weiß überkommst, dann kannst du halt noch ein paar Punkte sammeln und kommst halt auch gut so ins Fernsehen. Darum geht es letztlich hier wieder. Diese Opferrolle ist positiv in unserer Gesellschaft. Und vor allen Dingen, die letzten Sätze, die er jetzt hier gesagt hat, waren ja auch wieder richtig heftig, ne? Dieses, es gibt doch genügend Literatur, lese dich doch in die Materie ein, sprich doch mit den Leuten, die werden dir schon sagen. Also, sorry, wie gesagt, ein scheiß Tag hat 24 Stunden, da werde ich jetzt nicht noch tausendmal Bücher lesen, die mir sagen, dass ich scheiße bin, weil ich weiß bin. Nee. Das ist mir einfach viel zu viel Zeitaufwand für, ja, was wir hier in der Doku präsentiert bekommen, reicht völlig aus. Ich muss auch dazu wieder sagen, ja, hörst du mich gerade noch? Ich muss dazu sagen, wir haben leider wieder wahrscheinlich gerade leichte technische Probleme. Hörst du mich? Ich höre dich, ja, ja. Ich höre dich nämlich leider nur sehr stotternd. Okay, 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 gut. Ich habe leider nur so ein bisschen die Hälfte mitbekommen von dem, was du gesagt hast, um da einzusteigen. Ich hoffe, ich habe es richtig mitbekommen. Ja, genau, man hatte nur 24 Stunden der Tag. Dafür gibt es halt ihre tollen Kurse, die uns das schön gut zusammenfassen. Wahrscheinlich an der Volkshochschule oder so gibt es dann einen Antirassismus-Kurs für alle Weißen. Oder wie bei Coca-Cola war das so zum Beispiel, da mussten alle Weißen in den USA verpflichtend an so einem Kurs teilnehmen. So Antirassismus-Training wurde denen dann halt gesagt, naja, denk doch mal an eine bestimmte Situation, wo ich rassistisch verhalten habe. und Weiße sind so schlimm und so. Also so weit geht es bei uns. Das ist krass. Oh Junge. Ich mache mal weiter, da kann ich wenig sagen. Kombinierend. Ja. Weißt du, worauf ich auch krass Bock hätte? Fuck, ich kann doch jetzt nicht Basketball sagen. Darf ich als Weißer überhaupt Basketball spielen oder ist das cultural appropriation? Welle. Welle, Ball, Welle. Okay, okay. Pass auf, ich kann das nicht. Ich bin, ich bin kein Rassist. Ich mag dich und ich bin, ich bin für dich. Ich bin mit dir. Ich bin nicht. Du chill, entspann dich. Du wirst zum ersten Mal in deinem Leben die rassistischen Schereotype hinterfragen, die du normalerweise einfach so unbedacht rausbrillst. Du bist noch kein Rassist. Im Gegenteil, du hast endlich angefangen zu reflektieren. Okay? Wir sind Freunde, immer noch. Alles ist gut. Hast du auch Sonnencreme? Ich brauche Sonnencreme, ich kriege sonst Sonnenbrand. Willst du auch welche? Boah, das Ende jetzt schon das Sketch hat mich auch so gestriggert. Also das, das kam auch so von oben herab jetzt dieser Satz. Ja, du hast das erste Mal diese rassistischen Stereotypen hinterfragt und die Vorurteile, die du sonst immer hast. Wisst du, also das ist doch keine Freundschaft, wenn dir das ein Kumpel sagt. Ja, du bist sonst eigentlich immer das so mega das Arschloch. Ja, genau. Und dann sagt dir das noch mit so einem Lächeln. Also das ist so immer dieses hasserfüllte Ding, was ich da sehe. Also die, ja, alle anderen müssen Rassisten sein in der Mehrheitsgesellschaft. Also wie kann man so leben? Also wie kann man so leben? Du bist doch einfach nicht glücklich, wenn du so lebst. Steile These. Ich glaube, er kann das jetzt auch nur so, okay, es war ein Sketch, aber so durchziehen, weil der andere das auch einfach mit sich machen lässt. Ja, na klar, klar. Wenn er da drauf scheißen würde, das hätte auch in meiner Welt oder für meine Begriffe würde das auch viel besser kommen als diese, ja, das hat keine Beziehung zwischen den beiden. Wenn da so viel, knisternd in der Luft liegt, weil alles vermintes Gelände ist, ja, wie soll das funktionieren? Aber so wird das bei einigen NPCs sein, ja. Und da ist es viel besser, wenn du einfach stabil da rangehst und sagst, hey, willst du eine Banane? Ich meine, genau, genau. Und vielleicht sogar noch einen Witz drüber machst. hinterher, also selbst das wäre noch viel cooler als dieses Umgezappel, äh, äh, tue ich dem damit weh? Ja, und vor allem, also wenn es ihn wirklich stören sollte, dann kann man das ja immer noch sagen, ne? Ja, ja. Und dann kann man sich immer noch überlegen, ob man das weiterhin so macht oder eben nicht. Ja, ja. Aber wie du schon sagst, dieses dann, ja, darf ich das? Oh Gott, das will, wie kann man so leben? Wie kann man so leben? Das ist so schlecht. Ja gut, oh, jetzt, ich habe eigentlich schon gar keinen Bock mehr. Jetzt labern uns hier die Leute wieder voll, ja komm, wir ziehen das durch. Mein Gefühl ist, dass sich, dass viele sich in Diskussionen hinter dieser Sprach, hinter dieser Sprachproblematik ein bisschen verstecken. Es wäre doch, es wäre doch gut, wenn wir uns nicht kennen oder wir unterhalten uns, wenn ich, wenn ich frage, wie wollen Sie sich eigentlich bezeichnen? Ich finde an der Frage überhaupt nichts Falsches dran, wenn dann aber auch die Antwort auf jeden Fall akzeptiert wird. Die Frage, wo kommen Sie her? Wir hatten ein bisschen vorher schon mal drüber gesprochen. ist eine völlig andere Frage, klar. Ja, ist einfach so, grundsätzlich ist es so, dass die Problematik dabei ist, dass man aufpassen muss, dass man kein Othering macht, dass man nicht automatisch jemand durch die Frage implizit sagt, also zu uns können Sie schon mal nicht gehören. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch in den Trainings, dass oft Menschen, die selber eine Konzentration haben, die selber von A nach B, gereist sind, einmal in ihrem Leben und dann in Deutschland angekommen sind, dass sie oft eher gerne über ihr Heimatland sprechen, weil sie auch einen Bezug dazu haben, ihre Identität dort liegt. Aber nicht, wenn sie selber hier groß geworden ist. Wenn Sie aber in dem Moment die Generationen, die hier aufgewachsen und geboren sind, fühlen sich mit der Sprachfrage schon letztendlich hingestellt, als jemand, der nicht zu Deutschland gehören kann. Und das ist das, was man Othering nennt und was in unglaublich vielen Variationen an Fragen man implizit anderen suggerieren kann. Junge, wie sie jetzt einfach anderthalb Minuten gebraucht hat, um die Frage nicht mal zu beantworten. Das ist schon eine Kunst, die man immer machen kann. Ja, nochmal, die Frage war, ist es okay, wenn ich die frage, wie du dich bezeichnen willst? Das finde ich auch komisch. Das klang so nach Pronomenquatsch. Genau, meine Pronomen sind RCS und meine Herkunft ist afrikanisch. Oder wie stellen die sich, also ich habe die Frage nicht so ganz verstanden, wie sie sich, vor allem, warte mal, so wie der Skobel das formuliert hat, wie sie sich bezeichnen wollen, dann tut das ja tatsächlich so ein bisschen der ihr Punkt schon implizieren. Naja, wahrscheinlich nicht als Deutsch, oder? Wenn es darum ging, das ist halt nicht ganz ableitbar aus der Frage. Ganz eigenartig. Und sie ist dann einfach zu einer anderen Frage gewechselt, wo sie ihr Repertoire runterspulen kann, mit The Othering und dies, das. Fand ich jetzt gar nicht so, weil ich denke, sie hat das halt so interpretiert wie ich, dass ich das mit der, die Frage jetzt auf die Herkunft bezog. Also wo kommst du her? Und es ist ja tatsächlich so, wenn ich jetzt jemanden fragen, also, warte, anders. Das Ding ist nämlich, ich würde dich ja niemals arty fragen, ja, wo kommst du her? Also, gut, ich würde halt fragen, aus welcher Stadt oder so, weißt du? Aber wenn ich jetzt halt die fragen würde, wo kommst du her? Würde ich vielleicht nicht unbedingt die Stadt wissen wollen. Ja, okay. So ein geografisch größeres Gebiet. Ja, gehe ich mit. No? Und das ist halt dann dieses Othering, was sie meinen. Weil ich dann erkannt habe, einfach, da sind wir wieder bei Heuristiken, ich habe es irgendwie erkannt. Frag mich nicht, warum? Dass sie, ja, dass sie vielleicht Vorfahren hat, die in der Ausdeutschland kommen. Frag mich nicht, wie ich das erkannt habe. ich bin da übster Dill. Das ist ein Fuchs. Ich bin ein richtiger Fuchs. Also, ich habe da irgendwie so einen sechsten Sinn. Ich sehe, dass es den Leuten anfasst, denke ich manchmal. Mensch. Aber ich finde es immer schön, dass es sofort wieder einen englischen Begriff dafür gibt, ne? Ja, der klingt eigentlich schon fast wie so ein Horrorfilm. Also, statt The Happening, The Othering, ist es... The Othering, diesen Sommer im Kino. Bist du der andere oder bist du derjenige? Ab 18. Das andere ist, was ich auch nochmal wichtig finde, zu unterscheiden, Rassismus hat unglaublich viele Gesichter und unglaublich verschiedene Formen, wie sie einem begegnen können als Betroffener. Das kann angefangen damit, dass man ständig angestarrt wird. Warte, jetzt kommt Beispiel. Du wirst ständig angestarrt? Mensch. Es kann weitergehen dazu, dass man solche Sprüche bekommt, Othering-Sprüche, dass man exotisiert wird, dass man als Exot hingestellt wird. Dabei empfindet man sich selber gar nicht als Exot. Es geht über zu Beleidigungen, Ausgrenzungen, aktives Nicht-Teilhaben an etwas wegen einem Merkmal. Also gerade im Kontext von Kindern wird es oft als Ausgrenzungsgrund. Also wir haben jetzt... Wir sind gut gestartet, sag ich mal, und jetzt sind wir wieder bei Allgemeinplätzen gelandet, bei den Beispielen. Sehr schön. Ich habe richtig Bock, mir das weiter anzuhören. Ich habe sogar das Gefühl, es wird jetzt spezieller. Also das jetzt hier mit der Ausgrenzung. Ich meine, wenn das so vorkommt, wäre das ja tatsächlich ein Problem. Okay. Wir hören mal weiter. Genannt, du darfst nicht auf die Schaukel, bis hin wirklich zu Gewalterfahrungen. Also ich habe in meiner ersten Studie mehrere gehabt, die auch erzählt haben, dass sie auf dem Weg zur Schule verprügelt wurden, regelmäßig, weil sie halt der oder die Schwarze waren. Und das Spektrum ist groß und es gibt nicht irgendwie so die eine Erfahrung, sondern es zeigt sich in vielen, vielen Gesichtern. Wir haben ja eben schon mal festgestellt, wir müssen markieren. Also wir haben Voreinstellungen, mehr oder weniger. Müsst du was zu sagen? Ich gebe dir da recht, das waren ja tatsächlich jetzt mal etwas konkretere Beispiele. Das Ding, ja gut. Ich muss halt dazu sagen, ich bin immer nicht so ein Fan. Ich bin ja ein... Warte, sorry, das war jetzt schon wieder sehr gehaspelt. Ich bin persönlich ja immer ein Fan eher von Studien oder von Statistiken. Also so Einzelschicksale, selbst wenn die stimmen, also zum Beispiel auch diese Instagram-Posts, die wir da vor uns gesehen haben, sind halt letztlich Einzelschicksale. Also das sind... Das sind dann halt so, wie die Linken sagen, so die berühmten Einzelfälle, finde ich. Also selbst wenn es um das Thema Kriminalstatistik geht, du kannst mir zehn Kriminalfälle sagen, wo die Täterverteilung so und so ist. Am Ende des Tages bin ich immer eher der Fan dann von einer wirklichen Kriminalstatistik, die das halt für tausend Fälle sagt. Und hier auch, ja gut, ich meine, natürlich, vielleicht kam das mal irgendwo vor, dass irgendein, irgendein Typ halt gesagt hat, hey, du darfst dir nicht schauen, du bist schwarz. Aber, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem in Deutschland wäre, das wiederum, da muss er mir wirklich erst eine Statistik bringen. Das bezweifle ich hart. Also, dass hier Schwarze regelmäßig auf allen Ebenen so diskriminiert werden. Also ich musste da sogar ein bisschen lachen, weil ich mich an Sonne und Beton, den Film da, daran erinnert habe, dass dort in der Klasse von dem Türken der Schwarze halt beleidigt wurde, ne, der da drin saß. Ja. Also das war jetzt, wie soll ich sagen, nicht so das klassische Täter-Opfer-Verhältnis, wie sich es jetzt skizziert, sondern, naja, das war, wie nennt man das? Ausländer-Ausländer-Kriminalität, oder was? Ne, das war nicht mal Kriminalität, aber ich weiß, was du meinst. Also ich würde halt auch hier ein großes Fragezeichen setzen, wer war denn das, der da den Schwarzen da vertroschen hat? Ja. Und wie häufig kommt das vor einfach? Darum geht es mir vor. Genau, genau. Ein bisschen Rosinen picken kann ja jeder, ne? Genau, es hat halt ein bisschen was, es hat halt auch, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen was von Paulaner, aber gut, vielleicht ist das unfair, vielleicht stimmt das wirklich. Naja, komm, lass dir den Skogel mal weiter latzen. Dingen und auch Menschen gegenüber, wir müssen markieren und wir benutzen in Sprache natürlich auch Markierungen, also nicht nur, wenn wir von Schwarz-Weiß reden, sondern wenn wir uns mit Gruppenzugehörigkeiten zum Beispiel benennen. Also ich muss jetzt mal kurz Pause machen, Schmied, das ist so schlimm. Wir müssen markieren, weil wir müssen die Dinge benennen, also wir können es nicht verschweigen, wenn jeder schwarz ist und der Ante weiß, das kann man ja nicht so tun, als würde man da nichts erkennen. Ich meine, so blödsinnig Menschen nur, ne? Das macht halt, das vereinfacht halt auch viele Sachen, ne? Und das ist ja wirklich das Primitivste der Welt, dass man dann dafür ein Wort erfindet. Ich meine, oh Gott, ich fange jetzt hier nicht mit der Bibel an, aber so geht es ja schon los. Also Adam tut dann für jedes Tier irgendwie ein Wort finden. Also ich meine, Worte machen uns als Menschen nun mal aus, dass wir für verschiedene Phänomene, die wir sehen, Worte finden. Also das ist auch kein Problem. Es ist eigentlich bezeichnend, dass hier so hochintellektuelle rumsitzen und so stottern müssen über so Begriffe wie schwarz-weiß. Ja, also wir müssen mal, naja, ich finde ja, die tun nicht mal stottern, die tun das halt noch geschickt verpacken, aber halt dieses ganz hochgestotterne. Ja, wir müssen immer markieren. Ja, wir müssen sagen, wir müssen die Dinge beim Namen nennen, würde man einfach sagen. Wir müssen sagen, ob einer schwarze oder weiß ist. Ja, das ist markieren, wir markieren. Und er hat übrigens, er hat übrigens Ohrringe. Ach so, tatsächlich, okay, okay. Ich bin da etwas verwirrt. Was haben die mit, oder Voreinstellungen, was haben die mit Sprache zu tun und umgekehrt, lösen die sich auf oder werden die flüssiger, wenn ich meine Sprache verändere? Bevor ich Ihre Frage beantworte, darf ich gerade auf einen Punkt in dem Trailer noch mal kurz hinweisen, weil das eine wunderbare Art und Weise deutlich gemacht hat, dass wir unterschiedliche Formen von Rassismus erleben können. Wir haben da Sprüche gehabt, die Mutter, die sagt, hoffentlich kriegt ihr keine Kinder. Das ist nach meinem Gefühl klare Ablehnung brutaler Formen des Rassismus. Und der Protagonist, der auf dem Sport fällt, der typischerweise auch noch schön blond ist, der ist ja jemand, der reflektiert über die Situation. Und an dem wird deutlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der so rassistische Stereotype überall präsent sind. Und der will sich damit auseinandersetzen. Der will sich sozusagen, das ist jemand, der nicht rassistisch sein will, der genau diese Überlegungen im Hintergrund hat und dadurch völlig verunsichert wird. Und da kommt jetzt genau die Sprache ins Spiel. Auf der einen Seite ist es ganz wichtig, dass Gruppen, die in irgendeiner Form abwertend bezeichnet werden, natürlich das Recht haben auf eigenen Bezeichnungen. Dass sie auch das Recht haben, bestimmte Formen der Behandlung zu erfahren. Also nicht immer die gleiche blöde Frage, wo kommst du denn jetzt her? Weil das einfach auch, das ist nicht unbedingt böse gemeint, aber es ist nachlässig. Vor allem beantwortet es die Frage nicht. Wenn die Antwort nämlich lautet aus Bottrop, weiß ich damit auch nicht mehr. Ja gut, dann ist die kluge Fragestellerin damit schon wiederum auf den Boden zurückgeholt und es wird gesagt, also die Frage ist eigentlich ziemlich blöd. Okay, also es läuft in Zukunft daraus hinaus, dass ich mit diesen Leuten, die ich mit meiner, oder mit deiner Superkraft als nicht deutsch identifiziere oder als anders identifiziere, mit denen gar nicht mehr interagiere. Ja, weil letztes Jahr... Egal was ich mache, alles ist verkehrt. Alles was du denen sagst, ist verkehrt, genau. Und du kannst denen irgendeine Frage stellen, dass du dieses nehmen die als Mikroaggessuren bauern. Also wenn die so drauf sind, wirklich mit solchen Leuten, ja, willst du gar nichts zu tun haben, ganz ehrlich, die dir bei jedem Scheiß dann irgendwie einen Strick drehen. Genau. Wo kommst du her? Das ist rassistisch. Oder um es mit eurer Terminologie zu sagen, mit solchen toxischen Personen möchte man keinen Abend verbringen. Aber ich sehe dann schon Skobels Fortsetzung von der schleichenden Gift, das große Ignorieren. Ja, Gott, müssen wir mal gucken, ob es hier noch Nachfolgesendungen gibt. Nee, ich meine bloß, also wenn man das wirklich durchzieht und mit solchen Leuten gar keinen Kontakt mehr hat, dann gibt es die Sondersendung, warum tut die Mehrheitsbevölkerung uns ignoriere. Aber genau an dieser Stelle glaube ich tatsächlich, dass wir versuchen müssen, Regeln der Benennung zu finden. Wir können nicht auf Benennung völlig verzichten. Und nach meinem Dafürhalten haben da die benannten Gruppen, die eben in die Gefahr laufen, diskriminiert zu werden oder auch gekränkt und beleidigt zu werden, vorrangig das Recht, die Bezeichnung, die entsprechenden Bezeichnungen zu wählen. Und ganz einfach, meine Antwort auf Ihre Frage, ja, Sprache prägt natürlich. Boah, das fand ich, war jetzt ein krasser Punkt, weil darum geht, also der, wie er sich auch noch so geil vorkommt, wie er das sagt. Also diesen Punkt fand ich jetzt richtig gruselig. Also um das nochmal zusammenzufassen, er will uns diktieren, was wir sagen. Darum geht es ja letztlich. Nicht er, er sagt halt, die betreffenden Gruppen sollen uns das erzählen. Tut mir leid, ja, ja, okay, das habe ich jetzt ein bisschen falsch dargestellt. Ja, genau, das ist sein Standpunkt, genau. Er will, dass uns die diskriminierten Gruppen vorschreiben, was wir zu sagen, wie wir sie zu bezeichnen haben. Und immer dieses, dieses Vorschreiben, was jemand sagt, das ist auch immer ein Vorschreiben, was jemand denkt. Weil wir denken ja nur mal mit der Sprache. Wir denken mit Sprache. Also, wenn du an einen Apfel denkst, dann ist es eigentlich so weit, dass du nicht wie einen Apfel denkst, ja, ein Apfel, warte, ich denke da an dieses rote Objekt und das ist so ein bisschen rund und da hat ein Stier, und dann, nee, du denkst komischerweise an das Wort Apfel als Mensch, wenn du an einen Apfel denkst. Das ist halt so. Ja, wenn du schon mal einen gesehen hast, dann, ja. Sprache formt das Denken, ja, und die wollen mit diesen Sprachregelungen unser Denken formen. Zumal halt immer die Frage ist, wer gehört denn zu dieser betroffenen Gruppe, ne, das ist ja mal das Ding. Also, sie wird jetzt bestimmt dazugehören, aber kommen da alle anderen mit dazu und stimmen da ab, oder werden es wieder so ein paar Chefideologen abrichten, ne, aber das ist ja erst mal Schritt zwei. Wie du schon sagst, Schritt eins ist überhaupt, dass die Sprache überhaupt einem aufgezogen wird, jemanden zu reden und zu denken. Ja, und das finde ich ist ein ganz, es ist ein dämlicher Punkt und auch irgendwo ein gruseliger Punkt. Also bin ich maximal entgegen. Es wird ja auch nicht funktionieren, also der, der Trotzeffekt ist bei sowas ja ganz hoch. Ja, na sicher. Da wird es dann halt eher, ja, da wird dann halt ein anderes Wort für die Leute sich ausgedacht, was noch nicht verbrannt ist. oder die Selbstbezeichnung wird halt in den Dreck gezogen. Das ist höchstwahrscheinlich das, was passieren wird. Wobei ich es halt sagen muss, ein Stück weit klappt es ja doch. Also ich meine, es ist ja tatsächlich so, wie viele Leute kennst du, also, oder, ich will jetzt ja keine Zahl hören, aber ich meine, anders, du kennst sicherlich wahnsinnig viele Leute, Angst haben, das Wort Neger zu sagen, so wie wir es jetzt zum Beispiel hier gebrauchen. Also, die ja wirklich Angst haben, das N-Wort, darf ich das jetzt sagen? Ich meine, ich sage das hier ganz ungeniert. Weil ich mich darum gar nicht schere, dass mir irgendjemand meine Sprache legt hier. Wenn ich das sagen will, dann sage ich es. Das ist schön. Nichtsdestotrotz ist sowas wie POC oder so, es ist ja mittlerweile einfach nur noch ein Scherz. Ja, der Liebling ist ja bei POC, weil es sich so schön in allen widerspricht, wofür diese Abkürzung steht. Ja, wirklich in allen. Willst du das kurz ausführen? Achso, ist einfach nur, dass dieses I für Indigenous, also für Eingeborene steht und damit noch sind wir hier die Eingeborenen. Ja, ja. Sind wir weißen Kartoffeln halt mit im BIPOC-Begriff drin. Wir sind auch BIPOCs, ja, genau. Fühlt sich gut in der Offer-Pyramide an. Es fühlt sich richtig gut, ich sonne mich gerade als BIPOC. Bin ja mal gespannt, ob sie ihm jetzt hier zustimmen tatsächlich. Ja, sicherlich. Was ich. Sie sprechen etwas an, das Fremdbezeichnung und Selbstbezeichnung ist. Und Selbstbezeichnung gibt es de facto und ich glaube, jeder, der Antirassist sein will, sollte sich mit Selbstbezeichnung auseinandersetzen. Das heißt, in einem Gespräch ganz konkret fragen, wie willst du, wie wollen sie sich nennen, selber benennen. Genau. Oder vielleicht die Selbstbezeichnung, wir hatten vorhin auch schon mal drüber. Aber das wäre doch dann Adderwegen. Oder? Ich lasse sie mal weitermachen. Wir hatten vorhin auch schon mal drüber gesprochen, dass sie auch in einem Wandel ist. Das ist nicht immer statisch, also dieses Festlegen, von dem Sie gerade gesprochen sind, gibt es eigentlich nicht, sondern es gibt einfach da auch Veränderungen und Phasen in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, in den 90er Jahren. Jeder ist ja da auch in Veränderungen gebunden, das ist auch in Ordnung so. Aber die aktuelle Bezeichnung, die zum Beispiel korrekt ist und in Ordnung ist und mehrheitlich so grundsätzlich vorgenommen wird, ist zum Beispiel People of Color oder Schwarz mit dem großen S. Aber People of Color in einem deutschen Satz... Alter, Schwarz mit dem großen S. Warte, stopp, ich muss hier kurz vorlesen. Adi ist wirklich ganz weit. Das ist wirklich so Next-Level-Shit. Schwarz mit dem großen S, dass ich, also, für die Zuschauer, um das mal zusammenzufassen, wenn ich jetzt hier schreiben würde, er ist Schwarz, also, und ich benutze Schwarz als Adjektiv, dann will ich, dass ich Schwarz mit großem S schreibe, um irgendwie, ja, Schwarze dann irgendwie höher zu werden. Das ist der allergustigste Scheiß, den ich bisher gehört habe. Weil vor allem hat das auch sowas Religiöses. Also, wenn du jetzt so einen religiösen Text hast und dann sagst du, er richtet über uns oder so, dann schreibst du das eher groß. Also, auch wenn das mitten im Satz steht, weil es halt für Gott steht oder für Jesus oder für irgendwen. Also, das hat hier schon wieder sowas, solche religiösen Züge. Du willst ja irgendwie die Schwarzen erhöhen, dann tust du sie sogar in deiner Schrift erhöhen. Achso, und das Gegenstück ist natürlich, genau, und das Gegenstück, um das klar zu machen, die Weißen, wenn das ein Substantiv ist, die Weißen gehen nach Hause oder so. Die werden dann natürlich kleingeschrieben, weil die stehen ja unter den Scherz. Also, das ist wirklich gruseliger, gruseliger Scheiß. Auf jeden Fall, also, die Frau ist hart durch. Die ist richtig hart durch, ja. Und es gibt nicht mal Wiederwort, oder was heißt Wiederwort, nicht mal so nachfragen, also, warum großes S, hätte man jetzt ja fragen können, ne? Ja, ich hoffe, der fragt das jetzt. Ja, der wird das gar nicht fragen, der wird das hinnehmen, als so muss das sein. Ah, ja, großes S, großes S, ja. Man kann auch POC sagen. POC ist kurz genug? Ja, ja, klar. Oh, diese Kacke! Ja, 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 klar. Oh, ist das schlimm. Aber, wie du schon sagtest, der Film ist ja hier von 21, also, POC hat gerade mal zwei Jahre gehalten und ist jetzt schon wieder ein Lachbegriff geworden. Ist es so? Also, ich finde das absolut ein Lachbegriff, ja. Echt? Pock klingt für mich immer nach Pocken. Das ist... Achso, stimmt. Wir haben ja letztens in dieser Doku gelernt, das heißt Mock, Mensch auf Kalle. Stimmt, Mensch auf Kalle. Und das war sogar die Doku, die davor kam hier im Linearfernsehen, vor der Sendung hier, unmittelbar davor, kam ja diese andere Sendung, die wir schon geschaut haben. Und da war es Mock, Mensch auf Kalle. Nicht my own creation, sondern Mensch auf Kalle. Oh Gott. Schlimm. Also, die Halbwertszeiten sind grandios. Es geht nicht darum, ob man das mag oder nicht mag, sondern wenn man gerne darauf achten will und sprachlich sensibel sein will, dann sollte man sich damit zumindest auseinandersetzen. Vor allem, wenn der Gegenüber oder die Gegenüber sagt, ich will so benannt werden. Boah, ich... Sorry, ich muss das nochmal, auch wenn ich mich hier wiederhole, ich finde das auch so krass. Es ist egal, ob man das mag oder nicht mag. Also, weißt du, ich muss was sagen, auch wenn ich es nicht mag. Weil der Ante mir das halt so vorschreibt. Alter. Das sind wir bei diesem Punkt, den damals der Peterson halt in... Wie soll ich sagen, so hart angegangen ist. Ja. An der Universität, wo er da war, in Toronto, glaube ich, war es, also irgendwo in Kanada, war ja dieses Gesetz, dass du dann die Anrede so machen musst, wie derjenige das wünscht. Also, wenn der sagt, ich möchte, dass du mich mit Xixir-Pronomen anredest, dann musst du das machen. Ob es dir jetzt gefällt oder nicht. Punkt. Und wenn du es nicht machst, dann verklage ich dich oder gibt es halt gleich eine Strafe. Genau, das war die sogenannte... Sorry, das war die sogenannte Bill C-16 in Kanada. Also, genau, da ging es halt um diese Begrifflichkeiten bei Transgender. Aber mach bitte weiter. Und er hatte halt sogar so einen relativ weichen Standpunkt, hat gesagt, ich kann dich gerne so anreden, aber nur, wenn es sozusagen eine Respektsbeziehung ist. Wenn der Respekt als Basis ist und nicht, wenn du mich zwingen kannst dazu. Also er hat das nicht mal direkt abgelehnt, sondern hat das schon noch so, er hat es so halb gekackt eigentlich, könnte man sagen. Er hätte auch sagen können, bleib mir mit diesem Scheiß weg. Du kannst in deiner Traumwelt da denken. Aber er war da eigentlich sehr, sehr überdiplomatisch unterwegs, fand ich. Und nicht mal das ist durchgekommen. Also er ist, ne? Ja, aber es ist lustig, dass du den ansprichst, weil auf den beziehe ich mich auch immer, wenn ich hier solche Aussagen treffe, wie Sprache ist Denken. Also sowas ist auch viel von Jordan Peterson geprägt. Also nicht geprägt, der hat das einfach, sag ich mal, populär gemacht wieder. Solche Argumente. Also die gab es natürlich schon vorher. Aber ja, also ich finde ihn auch sehr, Jordan Peterson mag ich, was das angeht. Also diese ganzen Themenbereiche, ja. Ach Gott, okay, lass die mal aus. Die Frau wird dich triggern. Weil wirklich schrecklich. Was wollten wir sagen? Ich wollte nur schon sagen, ich meine, wie wichtig dieses Thema Sprache ist, merkt man ja auch, wenn man darüber nachdenkt, wie sich Rassismus eigentlich reproduziert. Also von frühkindlicher Erziehung bis zur Wissenschaft, sagen wir, ist das natürlich vor allen Dingen im Medium der Sprache. Und ja, weil Rassismus ja nie nur eine Praxis ist, ohne Denken, ohne Sprechen, sondern im Gegenteil, es ist immer eine begründete Praxis. Da steht ein Weltbild dahinter. Scheinbar begründet. Ja, begründet schon. Ob richtig oder nicht ist, also nicht begründet im Sinne von überzeugend begründet, aber es ist ein ganzes Weltbild, was meistens dahinter steht, was zum Tragen kommt. Und die Leute handeln ja nicht im Affekt Rassisten, sondern sie haben eine Theorie im Kopf, ein bestimmtes Wert. Und wie die sich reproduziert, das ist wichtig. Was ich an der gegenwärtigen Debatte manchmal etwas eigenartig finde, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass viele, gerade der weißen Mehrheitsgesellschaft, im Moment so argumentieren, dass sie sagen, okay, wir haben ein Problem mit Rassismus, davon sind bestimmte Leute betroffen, die ausgegrenzt werden und genau die sollen das Problem jetzt lösen, indem sie uns sagen, wie wir sprechen sollen. Und dann sind wir die Sache los. Das ist ja genau das, was ich eben gesagt habe. Das wäre sozusagen, ja, genau. Und da bin ich mir nicht, also das ist zwar wichtig, da einen Dialog anzustrengen, aber irgendwo ist es auch ein Stück weit eine Verantwortungsverschiebung. Also auch weiße, sozusagen Rassisten oder potenzielle Rassisten sollten über nachdenken, was Rassismus eigentlich ist. Na, können wir ja nicht. Weil alles, was wir machen, ist falsch. Ja, ich fühle, ja. Und ich würde, also ich, nur jetzt mal auf seinem Level zu bleiben, also an sich fand ich seine Analyse jetzt nicht verkehrt mit dem Weltbild und so. Das stimmt schon. Das ist halt, was eine Ideologie auszeichnet, dass man ein geschlossenes Weltbild hat. Das kannst du jetzt aber auch allen Anwesenden vorwerfen schlussendlich. Die haben auch ihr eigenes Weltbild, was in sich geschlossen ist. Ja, so ist das nun mal. und ja, was er hier redet von, wie hat er es formuliert, Verantwortungsweitergabe, das, und man, man schiebt sich hier, man schiebt einen faulen Lenz dabei. Das ist ja das Einzige, was uns sozusagen noch möglich ist. Denn wenn wir es, wenn wir es selber machen, sind wir sofort wieder, ja, auch Rassisten. Geil. Ja, ich muss ehrlich sein, ich verstehe jetzt noch gar nicht so richtig, worauf ich nach Hause bin. Ich will, lass den mal kurz bitte weiterzählen. Und sich nicht nur von den Betroffenen erklären lassen, was es ist, oder wie sie sich verhalten sollen. Es ist ja letztendlich, muss man einfach hinschauen, was passiert da, wenn ich jemanden rassistisch markiere. Warte mal, okay, stopp, das war schon der Punkt, okay, okay, das war der Punkt. Man soll, also, man soll einfach nicht die anderen sagen lassen, was du sagen sollst, sondern du sollst dir darüber selber Gedanken machen. Hä? Aber wenn ich mir selber Gedanken mache, dann ist es ja, wie du gesagt hast, immer falsch. Weil dann sage ich halt, ja, schwarz mit Klein-S zum Beispiel. Und dann kommt der ja, nee, schwarz mit Großmeer-S bitte. Scheiß Rassist. Ja, ich, ich, ich bin dein Herr und Meister. Ja, schwarz mit Großmeer-S. Mal gucken, ob sie in Auslander fliegt jetzt. Ja, ich fange mal hier an. So. Es ist ja letztendlich, muss man einfach hinschauen, was passiert da, wenn ich jemanden rassistisch markiere. Ich reduziere ihn auf ein bestimmtes Merkmal und alles, was der Mensch tut oder nicht tut, ist gebunden an ein Merkmal. Wenn man das Ganze überträgt, dann wird einem erst bewusst, wie absurd es eigentlich ist, dass man gewisse Eigenschaften haben soll, aufgrund des Anteils an Melanin, den man in. Das ist zum Beispiel schon mal dämlich, der Punkt, den du hier machst. Also schon wieder dieser Punkt mit der Markierung. Und wenn du die Markierung machst, dann reduzierst du alles auf ein Merkmal. Das ist doch Quatsch. Wenn ich jetzt sage, du, Arti, du bist ein Mann oder du bist ein Gemüse, dann mache ich ja schon eine Markierung. Aber dann sage ich ja nicht, ja, du bist jetzt so und so, weil es gibt ja tausend verschiedene Männer. Und genauso gibt es tausend verschiedene Schwarze und Weiße. Ja, die Reduzierung auf dieses eine Merkmal war auch komisch, ne? Ja, die reduzieren sich selber in ihren Gedanken immer nur auf diesen Rassismus so. Egal, was du machst, es ist halt rassistisch. Und es ist vor allem immer gleich, wie soll ich sagen, du denkst dir was Übles dabei. Weißt du? Das ist der Vorwort, der hier immer durchkommt. Ja, die denken sich was Übles dabei. Und sie kommt jetzt ja mit dem Melanin-Gehalt. Es ist ja nicht nur der Melanin-Gehalt. Das ist ein großer Faktor. Ja, das ist nämlich auch das Ding, klar, klar. Aber vom Biologismus haben die sich ja eh schon verabschiedet. Ja, weil Rassen gibt es ja auch überhaupt nicht. Das ist ja absoluter, absurder Ursinn. Und so, ja. Weil Bach war schwarz. Ne? Ja, und Peter und alle, ja, ist klar. Abstrahiert, dann wird es eigentlich deutlich, wie absurd es ist. Aber man tut diese Absurdität schon so lange, dass es einfach normal ist. Aber für Betroffene ist es absolut kein Spaß. Und ich erlebe es vor allem auch, wenn man die Wirkungsweise sich anschaut. Das ganz Traurige ist wirklich, wenn man sieht, dass Kinder zum Beispiel irgendwann annehmen, dass sie wirklich das Gefühl haben, ich bin weniger wert. Sie wirklich glauben, dass sie kein respektvolles Miteinander mehr erwarten können. Dass sie verinnerlichen, dass sie weniger wert sind. Das ist ein ganz, ganz trauriger Prozess. Und deswegen finde ich, ist Empowerment so wichtig. Es ist wichtig zu schauen, wie kann man diese Zuschreibungsprozesse für sich auch ganz bewusst ablehnen und sagen, diese Schablone funktioniert bei mir nicht. Ich bin ein Individuum und ich widersetze mich diesen ganzen Zuschreibungen. Und dafür sind Schutzräume ganz, ganz wichtig. Ich finde das ja seltsam, dass im Moment ein großer Streit darüber herrscht, was dürfen wir sagen, wie dürfen wir uns benennen. Das kam ja im Film eben gerade auch vor. Also warum loten wir aus, wie schlecht wir gerade noch sein dürfen, damit es politisch korrekt ist, statt ganz aktiv nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Und wenn wir, das würde mich gerade noch interessieren aus Ihrer Sicht, also sozialpsychologisch, wenn wir über Cancel Culture reden, also wir verbannen sozusagen alle bösen Begriffe komplett. Wir streichen die in unseren Büchern. Das ist doch im Grunde genommen eine Form von Verdrängung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir notgedrungen verbannen und das unter großen Qualen tun. Ich finde, viele Leute sind auch bemüht, dann Rücksicht zu nehmen auf die, die in irgendeiner Weise... Kant das N-Wort benutzt hat und ich streiche das im Text, dann leugne ich, was es zur damaligen Zeit gegeben hat. Ja, aber wenn es um Straßenschild zum Beispiel geht, dann geht es auch um eine Bezeichnung, da würde ich zum Beispiel andere Auffassungen vertreten. Ja, nehme ich in Recht. Also Kant als eine historische Quelle zu diskutieren und auch zu rezipieren und herauszuarbeiten, wo das Problem ist, ist natürlich sinnvoll. Aber auch darüber nachzudenken, ob unsere alltäglichen, gebräuchlichen Bezeichnungen nicht auch änderbar sind, finde ich, ist schon eine Überlegung wert. Und in der Tat ist es so, wir blicken einfach auf eine jahrhundertelange Geschichte rassistischer Bezeichnungen zurück und wir kriegen das jetzt nicht von jetzt auf gleich aus der Welt. Aber ich finde, das ist schon eine Sache wert, darüber sehr intensiv nachzudenken. Apropos aus der Welt kriegen, eine der... Puh. Also erstmal war es ein riesiger Themensprung, fand ich. Ja, der... Ich guck, der will halt in seiner Moderation irgendwie... Dann hat er sich gedacht, naja, ich muss jetzt hier noch den Ehen reinbringen, der hat jetzt lange nichts gesagt in dem Segment. Es sah so aus, es hätte der Typ hinter der Kamera so ein Schild hochgehalten, nächstes Thema oder so. Achso, das auch, ja, weil das weiß ich schon. Ich habe hier schon ein bisschen vorausgeschaut im 3-Sat-Player. Jetzt kommt nämlich der nächste richtige Beitrag tatsächlich. Also... Achso. So zusammengeschnittener. Genau, dann muss er jetzt hier irgendwie überleiten. Aber es war sehr schlecht übergeleitet, also... Ja, das ist klar, das ist klar. Ich würde sagen, wir schauen uns den Einspieler noch an und dann... Oder? Dann soll es das fast gewesen sein. Den besprechen wir noch, ne? Ja, genau. Wir sind jetzt bei 53 Minuten. Ja, das können wir nochmal schauen. Mal sehen, ob wir es hinkriegen. Das wird ein saftiger Einspieler. Ich sehe das schon. Oh Gott. Ja, mal sehen. Großen Hoffnungen und zugleich vermutlich eine der größten Irrtümer der Gegenwart besteht ja in dem Irrglauben. Man müsste nur technisch genug werden, also möglichst technisch neutral miteinander umgehen, dann würden Rassismus und Menschenfeindlichkeit endlich völlig wegfallen. Alles wäre gut, wenn die Algorithmen in uns leiten. Tatsächlich stecken aber bereits in den Daten, mit denen lernfähige Algorithmen selbst, also in der Architektur der Auswertung von Daten, mit deren Hilfe wir Entscheidungen haben. Vielleicht habe ich schon jetzt gewusst. Es bleibt also dabei, unser Denken, selbst unser Rechnen, unsere Technik steckt voller Vorurteile. Glauben Sie nicht? Hier ein paar Beispiele. Auf sogenannten Shirley-Cards wurden seit den 1940er Jahren alle Farbdrucker auf Standard kalibriert und die Chemie der Farbfilme angepasst, um konstant gut Fotos mit immer gleichen Farben zu bekommen. Über die Jahrzehnte veränderte sich das Modell auf den Karten. Nur ein Problem blieb. Alle Shirleys waren weiß. Machen wir mal ein Foto. Sehr schön. Machen wir mal noch ein Foto. Und plötzlich wird das Problem offensichtlich. Ein Großteil der Weltbevölkerung bekam so nur schlechte Fotos. In Hollywood musste Sidney Poitier, der erste afroamerikanische Schauspieler, der den Oscar gewann, extra ausgeleuchtet werden, weil er sonst auf dem Filmmaterial nur als Schatten zu sehen gewesen wäre. Erst Ende der 1980er Jahre wurde Marktführer Kodak gezwungen, etwas gegen den eingebauten Rassismus zu tun. Allerdings aus einem anderen Grund. Schokoladenhersteller ließen Werbe... Alter, ich muss hier mal kurz pausieren. Ist ja vielleicht aber eh gut für den Algorithmus. Alter, der eingebaute Rassismus. Ich finde diesen Begriff auch so krank. Da hat sich einer so richtig gedacht, so händereibend. He he, jetzt bin ich mal so richtig rassistisch. Jetzt suche ich ja diese Filmrolle so gestalten, dass da die Schwarzen ganz scheiße drauf aussehen. Die Näscher kriegen kein schwarzes Hörter hin. Ja, genau. Hatte es aber dann das Sinneportieren. Und Sammy Davis Jr., den hasse ich auch. Ah, hey. Und vor allem jetzt in ihrem Beispiel, das ist jetzt anscheinend in den 80er Jahren angegangen worden. Vor 50 Jahren. Überleg mal. Scheiße. Warte, 40 Jahre. 80er sind 40 Jahre her. Ja, Entschuldigung. 40 Jahre. Ja, ja, ja. Das ist trotzdem schon lange her. Ah Gott, ja. Der eingebaute Rassismus. Also, vor allem, ich sehe halt diesen Begriff Rassismus, ich finde, der ist da wirklich fehl am Platz. Das ist halt, ja, das war vielleicht eine Unachtsamkeit, aber es ist doch nicht. Ja, das war einfach die Zielgruppe. Die Zielgruppe von, wann war das? Ich sage mal 60er Jahren. Ja. Für diese Fotos, das waren halt Weiße. Punkt. Ja. Ja, und da wollen die möglichst gut auf ihren Bildern aussehen. Klar, ja. Hast schon recht. Und jetzt haben alle ein Smartphone, das heißt doch, die Leute in Afrika haben ein Smartphone und die können jetzt auch Fotos schießen und dann sehen die halt Kacke aus. Okay, habe ich verstanden. Das ist auch nicht eingebaut, das ist einfach historisch nun mal so da. Ja, je wenig. Ja, ja, das ist dann noch kein Rassismus, finde ich. Rassismus ist... Ohne Intention halt, ne? Und die tut das hier so frame, als hätte man das mit Absicht gemacht. Danke, das ist ein guter Begriff, ja, mit Intention. Genau, also dieses ohne Absicht, das ist einfach kein Rassismus, es ist einfach nur ein ganz stinknormaler Unterschied. Ach Gott. So, jetzt kommt hier, ja gut, dieses Scrabble-Bild, das ist schon mal das nächste. Hier sind so verschiedene Begriffe für dunkel, ne? Chocolate, dark, mousse, milk, sweet. Und beschwerten sich, denn die Milchschokolade war nicht von der dunklen Schokolade zu unterscheiden. Und heute? Das Problem ist nicht aus der Welt. Zum Beispiel... Warte mal, warte mal, stopp, stopp. Wollen die jetzt hier einen Witz machen? Ne, die haben argumentiert, dass dieses Problem mit diesen Bildaufnahmen erst behoben wurde, nachdem sich irgendwelche Schokofirmen beschwert haben. Achso, na, ich kenne... Achso, okay, okay. Ich dachte schon, ich kenne so einen bösen Witz. Dass das Neger sich halt immer in die Finger beißen wird, wenn sie Schokolade essen. Ich dachte, ich war jetzt hier so ein Quatsch. Der Essen war nicht von der dunklen Schokolade zu unterscheiden. Und heute? Das Problem ist nicht aus der Welt. Zum Beispiel Google Photos, eine Software, die automatisch Fotoinhalte erkennen soll, doch schwarze Menschen als Gorillas klassifiziert. Denn ihre Gesichtserkennungsalgorithmen sind darauf trainiert, weiße Gesichter zu erkennen. Und das ist kein Einzelfall. Ja, wir haben rassistische Chatbots, wir haben rassistische Bilderkennungssysteme, wir haben Rassismus bei medizinischen Anwendungen, wir haben Rassismus in der Technik bei sogenannter Legal Tech, also Technologie, die im Bereich des Rechts zum Einsatz kommt. So könnte man alle möglichen Bereiche durchgehen und zeigen, dass es sehr viele Anwendungen gibt, die algorithmische Diskriminierung aufweisen. Wir fragten Thilo Hagendorf, KI-Ethiker an der Universität Tübingen, wie kommt es zu solchen algorithmischen Diskriminierungen? Woher nehmen die Algorithmen ihre Vorurteile? Letztendlich lernen die Systeme aus gegebenem. Sie zementieren Vergangenes. Machine Learning Systeme brauchen immer viele Daten zum Training. Und diese Daten bilden vergangenes menschliches Verhalten ab. Und die Machine Learning Algorithmen erlernen aus diesen sogenannten Trainingsdatensätzen statistische Muster. Algorithmen werden von Menschen programmiert. Also erst mal, er robotert ja mehr als ich, aber... Das geht jetzt übrigens wieder. Das ist wieder alles okay. Aber das andere ist ja... Das war auch so diese Corona-Zeit, da durfte man nur so sprechen, ne? In der Fernverbindung. Aber das andere ist ja, was er irgendwie unterstellt, ist, dass diese ITler da, diese neuronalen Netze mit Datensätzen füttern, dass das alle harte Rassisten sind, oder? Ich kann mir das nicht anders erklären, was der hier aufmacht. Ja, das ist wieder das Ding, was du vorhin gesagt hast, da wird so eine Intention unterstellt, finde ich, bei dem Begriff Rassismus. Also, die Datensätze sind halt so, wie die sind. Und wenn da jetzt zum Beispiel mehr Weiße drin sind, liegt das an den Datensätzen, an den Entwicklern. Also, ich sehe da halt echt keinen Rassismus. Ich lüge. Ja. Die in menschliche Vorurteile stecken. So wird gesellschaftlicher Rassismus verstärkt und kann im realen Leben für Betroffene weitreichende Konsequenzen haben. Und es ist mitnichten so, dass da irgendwie böse Entwickler sind, die bewusst die Technik rassistisch oder sexistisch... Entschuldige, dass ich nochmal reinkriege, hier stand gerade KI-Techniker, ne? Aber wurde er nicht gerade als KI-Ethiker anmodelliert? Vielleicht ist er bei sich... Aber das ist so ein Tausendsasser hier. Ja, so ein Tausendsasser. Mach so, mach so. Okay. Ganz im Gegenteil, das ist häufig gar nicht, gar kein intentionales Geschehen, sondern die Technik ist einfach deshalb diskriminierend, weil sie nicht genug reflektiert wird. Im Endeffekt greift sie aber immer das auf, was in der Gesellschaft schon an Verhaltensweisen etabliert. Nicht genug reflektiert wurde über einen Algorithmus, den US-amerikanische Krankenkassen benutzten, um intensivmedizinische Betreuung vorzuschlagen. Er bevorzugte signifikant weiße Patienten. Grund waren Daten, die zeigten, dass Afroamerikaner ein größeres Risiko haben, bei Krankheit weniger Gehalt zu bekommen oder den Job zu verlieren. Im Fall von dunkelhäutigen Strafgefangenen, denen ein Algorithmus eine höhere Rückfallwahrscheinlichkeit attestierte, war zwar die Hautfarbe nicht in den Daten, aber das System fand Korrelationen zwischen Wohnort, Lebensumständen und schließlich daraufhin die Hautfarbe. Ist das jetzt falsch? Sorry, ich muss jetzt hier mal kurz einhaken. Ja, das ist doch alles nicht falsch. Also jetzt zum Beispiel, das ist ja, wenn das nun mal so Realität ist, dass in einer bestimmten Wohngegend, wo viele Schwarze sind, dass es dort krimineller ist. Ist es halt so, soll man das jetzt rausrechnen? Genauso wie jetzt hier mit den Patienten, dass die irgendwie andere Aufenthaltszeiten haben oder ach nee, es ging um das Thema Finanzierung. Hä? Das hat doch jetzt nichts mit Rassismus zu tun. Gut, der Rassismus war jetzt die Konsequenz daraus, dass dann die schwarzen Patienten weniger häufig aufgenommen werden oder dass jetzt im Fall der Polizei das häufiger nach schwarzen gefahndet wird. Aber auch da, das ist ja eigentlich sogar schon die perfekte Erklärung. Es geht gerade eben nicht wegen der Hautfarbe, sondern wegen anderen Faktoren, die da hinten dranhängen, die damit korrelieren. Ja, also ich glaube auch, dass die das mit der Korrelation nicht so ganz verstanden haben. Irgendwie das Konzept? Ja, ja. Das sind, in der Soziologie würde man sagen, das sind halt sogenannte Drittvariablen, also die noch damit zusammenhängen und die das eigentlich in Wahrheit erklären. Mhm. Ach Gott. Besonders absurd entwickelte sich Microsofts KI-basierter Chatbot Tay, der für nette Unterhaltung sorgen sollte. Innerhalb kürzester Zeit verwandelte er sich zu einem rassistischen Nazi und fand Hitler besser als Obama. Da half nur noch den Stecker ziehen. Und das KI-Sprachmodell GPT-3, das bis heute höchst entwickelte Sprachprogramm, hegte tief verankerte Vorurteile gegen Muslime. Und im neuen Zeitalter der Zoom-Konferenz... Ich muss es mal kurz lesen. Turns out at Zoom US has a crappy face detection algorithm that erases black faces and determines that a nice pale globe in the background must be a better face than what should be obvious. Ach so, okay, okay, ich verstehe. Da geht es hier links, du siehst ja den schwarzen Typen und darüber ist so ein Globus, so eine Erdkugel im Hintergrund. Und der Alkoholmus denkt wahrscheinlich, das ist ein Gesicht eher noch. Auch noch das? Der virtuelle Zoom-Hintergrund hat wohl ein Problem mit farbigen Teilnehmern. Da werden schon mal die Köpfe rausgerechnet. Rassistische Diskriminierung ist automatisch aus der analogen in die digitale Welt kopiert worden. So hält die Technik eine Gesellschaft in Spiegel vor, in der struktureller Rassismus immer noch erschreckende Realität ist. Alter, war das ein alberner Beitrag auf allen Ebenen. Also wirklich, da brauchen wir gar nicht kurz drauf eingehen. Das ist ja wirklich Quatsch, alberner Quatsch jetzt gewesen. Also was für mich jetzt die Konklusion ist, aus deren Sicht ist, man muss das ideologisch betreuen, damit solche Rassismen in der KI nicht mehr vorkommen. Ja. A.K.A. das, was jetzt schon passiert ist bei JetGBT, soweit ich das mitbekommen habe, dass das auch schon ein sehr links eingeimpftes oder Pseudo-links eingeimpftes Programm mittlerweile ist. Ja, auf jeden Fall. Der Klassiker ist ja ja, mach mal drei Witze über Männer, alles klar, kein Problem, und dann mach mal drei Witze über Frauen. Und ah, ich bin ein sensibles Chat-Programm und das würde Gefühle verletzen. Ja, genau, genau. Absolut lächerlich. Ja, es ist krass, wie gut zum Beispiel jetzt tatsächlich ChatGBT wirklich die Opferpyramide kennt. Wenn du denen auch zum Beispiel fragst, mach mal einen Witz über Jesus oder über Christen, dann haut er denen raus. Und wenn du sagst, über Guestliebe, dann nee, nee, ich kann nicht. Weißt du, der kennt tatsächlich schon diese Opferpyramide. Wer wo steht, das weiß die gar nicht schon, das ist ziemlich gruselig. Als hätte es dir jemand gesagt, Mensch. Ja, als hätte, na gut, ja, dann war vielleicht doch so eine Intention dabei, in den Trainingsdaten setzen, man weiß es nicht, wie ich das da beeinflusst habe. Die Intention, die rein zufällig in jeder Sachlage genau auf einem bestimmten Ideologiebild schwimmt, Mensch. Also, Zufälle gibt es unfassbar. Also, den Beitrag jetzt am Ende hier, das fand ich wirklich Mist. War wirklich Quatsch. Ja, aber gut. Deswegen habe ich da gar nichts mehr zu sagen. Bei KI, KI-Ethiker wusste ich, das wird nur so eine Scheiße werden. Ja, ja. Das ist so ein richtiger, was ist das überhaupt? Das hat er sich doch selber ausgedacht, nach seinem Abschluss als KI-Techniker. Er ist wahrscheinlich nur ein KI-Techniker, er programmiert wahrscheinlich bei sowas mit und dann ist er auch KI-Ethiker. Dann hat er sich gedacht, auf meiner kleinen Karte, da ist noch Platz, da mache ich dann eine Idee. Ja, genau, genau. Oh, Mann. Wollen wir mal, wie weit sind wir jetzt? Zwei Sekunde? Oh Gott. Wir sind bei eine Stunde, fünf Minuten, also eh knapp über der Zeit. Ja. Und ich denke, das wäre hier ein guter Punkt, um das erstmal für heute zu beenden. Auf jeden Fall. Nee, ich schreibe mir gerade mal die Zeit. Oh Gott, wir haben, naja, gut, wir haben schon über die Hälfte geschafft. Immerhin. vielleicht, gut, das können wir im Nachgang noch tiefer gehen besprechen. Ich würde fast vorschlagen, wir schauen nicht mehr den ganzen Rest, der noch kommt, weil ich habe irgendwie ein nettes Gefühl, dass die noch viel Neues erzählen hier in ihrer Diskussionsrunde, aber das besprechen wir mal. Mal gucken. Ja, war wieder schön, war jetzt ja ein bisschen Pause zwischen den Streams tatsächlich, aber war sehr schön mit dir. Genau, hat mir auch gefallen, Arti. Ja, das Leben hat wieder zugeschlagen. Ich hoffe, wir schaffen es mal eher wieder. Ja, und dann kommen wir mal wieder zu unserem typischen Geblänkel am Ende. Erstmal das YouTube-Gebet. Genau, das hat man auch nicht. Amen, genau, das hat man lange nicht. Ihr wisst, was das heißt. Wir sagen es nicht, aber ihr wisst, was das heißt. Immer schwarz im großen Essschein, das ist mein Gebet. Genau. Ja, und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und ihr seid wieder dabei. Tschüss. Tschüss, ich mach die Tür zu.